Ich begrüße euch ganz herzlich aus der wunderschönen Natur in der Nähe von Bad Radkersburg. Ich freue mich, dass du heute dabei bist bei unserem ersten Yoga-Flow, das Dreieck. Wir beginnen mit einer kurzen Aufwärmrunde. Wir stellen uns hüftbreit hin, die Hände vor die Brust. Wir atmen tief ein und aus. Bringen dann die Hände und die Unterarme zusammen. Atmen ein, bringen die Arme nach oben. Und atmen aus, bringen die Arme wieder seitlich nach unten. Einatmen hoch und ausatmen nach unten. Jetzt bringen wir die Arme vorne hoch, fassen die Hände, spannen Bauch, Popo und Beckenboden an. Atmen ein und beim Ausatmen legen wir den Oberkörper zur rechten Seite. Atmen ein und beim nächsten Ausatmen zur linken Seite. Wir bringen die Arme wieder seitlich nach unten, stellen uns etwas weiter in die Gräte, legen die Hand am Oberschenkel ab, kommen im anderen Arm nach oben und rutschen langsam das Bein nach unten. Wir wechseln die Seite, legen die andere Hand am Oberschenkel ab und rutschen wieder langsam nach unten. Wir kommen hoch, drehen jetzt das rechte Bein nach außen und legen wieder die Hand am Oberschenkel ab und rutschen langsam nach unten. Wir kommen wieder hoch, winkeln das Bein ab, das Knie steht über der Ferse, wir stützen uns am Unterarm ab und dehnen zur Seite. Wir drehen den Oberkörper zum Bein hin, der Arm ist parallel zum Boden und wir halten. Wir kommen mit der Hand nach unten zum Fuß und drehen den Oberkörper seitlich auf, der Kopf schaut dem Arm nach Richtung Himmel. Wir kommen langsam wieder nach unten, richten uns auf, drehen den Fuß nach vorne und wechseln zur anderen Seite. Wir drehen den linken Fuß nach außen, legen die Hand am Oberschenkel ab und dehnen zur Seite. Wir kommen wieder hoch, winkeln das Bein ab, stützen uns mit dem Unterarm ab und dehnen zur Seite. Wir drehen den Oberkörper zum Bein hin, Arm parallel zum Boden und wir halten. Jetzt kommen wir mit der Hand nach unten zum Fuß und drehen seitlich auf. Wir schauen zum Himmel. Dann kommen wir langsam wieder nach unten, richten den Oberkörper auf, kommen mit den Beinen wieder zusammen, bringen die Hände vor die Brust und atmen tief ein und aus. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch fürs Mitmachen und freue mich schon aufs nächste Mal. Danke, tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch. Untertitelung des ZDF, 2020